Musik Colin muss heute auch diesen Zaun beklettern. Was sagst du zu der Idee? Save! Colin muss heute einmal hochklettern und von oben in den Pool springen. Nein, Bart, das ist voll gefährlich. Ihr habt das auch gemacht. Kein Wunder, dass es sinkrum ist. Nein, nicht deswegen. Das war Mogli, Mann. Das war Mogli mit seinen Apfel. Er hat einfach Banane gewonnen. Guck mal wie krumm das Ding ist. Er hat einfach Banane gewonnen. Das ist einfach Schiebetum vom Team. Es fällt gar keinem auf. Go shoot, go shoot, go shoot, go shoot, go shoot. Ist das schon da rein? Was geht ab? Icon 4, ihr wisst Bescheid. Das ist die Gruppe, die kommen auch schon, wo die Gruppe ist. Sie ist 14 Jahre alt. Ja, sie ist 5 Jahre alt. Ah, 5 Jahre alt. Sie ist 4 Jahre alt. Hast du Bock auf Fisch, Bruder? Bruder, er ist Mr. Krabs. Nimm raus, Bruder. Pack mal rein. Guck mal, ob der Zug kommt. Komm, Bruder. Nein, Bruder, ich kann nicht. Sorry. Can we touch? Can we streichel? Ah, ist okay. Can we streichel? Was ist das denn? Hast du noch nie gesehen? Bruder, du isst einen Löffel davon... Ah, das ist sogar auf. Ba, Alter. Das war auf. Ich wollte es wieder zu machen. Du isst einen Löffel davon, dann bist du... Oder auf Brotspänen. Ein Brot kannst du essen. Du kannst einen kleinen Finger damit ziehen. Oder steck einen Finger rein, Bruder, und fertig. Ich glaub, das ist eine Wasserwelle. Willst du damit kaufs? Ich denk schon, Mann. Wenn die Vollstor... äh... Voll? Ja. Ich will Trampolin ausprobieren. Okay, wir kommen, wir kommen. Ja. Bevor man das kauft, muss man das ja testen, oder? So, was machst du grad? Oh Gott. Scheiße. Bruder, ich weiß nicht, ob das für Saltos gedacht war. Bruder, ich geh lieber raus. Bruder, fast gestorben, Alter. Das hab ich jetzt nicht erwartet. Scheiße, Digga. Das ist richtig. Hit the old check. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the old check. And don't you come back no more. What you say? Hit the old check. And don't you come back no more, no more, no more, no more, no more. Hit the old check. And don't you come back no more. Also unser Radio ist ausgefallen, und wir haben hier Regisseurin Sarah. Ihr Zeit Sänger. Ich bin sehr, sehr geil. Hier wird die Jury sitzen. Das ist der Ausblick. Sehr geil. Also ich würde dich gerne unter Vertrag nehmen. Das ist kein Problem, Bruder. Was bietest du denn? Ey, gibt's das eigentlich? Dass jüngere Leute älter unter Vertrag nehmen? Warum nicht? Hast du ein Label? Wie heißt dein Label? Ja, Rücken GmbH. Was? Rücken GmbH. Damit ihr Bescheid wisst, wie krank ich bin. Film auf die Zahl, wie vielte neue Aufnahme das ist. 1626? Ja, Bruder. Damit ihr Bescheid wisst an die ganzen Labels und was weiß ich, wie viel ich singe. Ach du Scheiß, Alter. Ich muss mal wieder runterkommen. Nur eine Melodie. Ich muss dir was dazu sagen. Was denn? Weißt du was der Nachteil da ist? Ah. Wir haben vier Autotürungen. Ja und, geht doch ohne Autotürungen. Zeige ich dir. Für Mulaga, komm ich wieder in meinem Blog. Sie wollen immer wieder mehr. Du weißt doch heute noch für Mulaga. Und jetzt Sandro? Für Mulaga. Oh, da zitterst du? Nö. Komm, schaffst du Junge. Ich kenne den. Ja ist auch voll. Mulaga, für Mulaga, für Mulaga. Ja, richtig. Ja weiter. Mulaga. Mugli, jetzt einmal du mit deiner Voice-Craig-Stimme. Mulaga! Da kann man auch eine Freisprechanlage aus Bergheim raus. Colin wollte die ganze Zeit, dass du diese Quietsche-Stimme machen. Echt? Bei Mulaga, ja. Aber jetzt wo du die normale Stimme machst, wird das mehr gefeiert. Das heißt aber jetzt nicht, dass du eine Gesangslung machst. Der hat uns auf jeden Fall sehr, sehr viel ermöglicht, Cyphers aufgenommen, Betzins aufgenommen, einfach auf Sympathisch, einfach so, Bruder. Sowas machen nicht alle. Aber tu mir mal einen Gefallen, setz dich mal mit deinen Arsch da drauf. Gerne, Bruder. Nein, voilà, mach mal. Mach doch. Da war'm, Bruder, lass mich doch meine Handy weglegen wenigstens. Wo du denkst, ich kann drauf frei, wenn du das jetzt gemacht wirst? Wo du denkst, ich kann drauf frei, wenn du das jetzt gemacht wirst? Das ist mein Ball, Junge. Lass mal rollen, Junge. Geil, Alter. Jawoll. Mein Hasch, Alter, mein Hasch. Lass mal die so richtig winken. Jetzt musst du die noch therapieren, auf jeden Fall. So, die willst du auch noch was machen. Ey, Dora, komm mal kurz. Der Kameramann hat sich grad auf die Kugel gelegt, aber ich weiß nicht. Der Kugel gesetzt, du musst ihn schämen. Bruder, guck mal. Ich setze, ich leg mich hinten ganz auf Chili. Auf einmal, ich sehe diesen Kameramann da kommen, such. Der Frau Adina Ibra. Ja, Bruder. So, wir gehen noch ein bisschen herum. Ja, mein Ziel. Ich fühle mich wohl. Ha! Komm, Bruder, es ist so ruhig hier, Colin. Colin, warum ist es hier so ruhig in der Villa? Ich weiß nicht, Bruder, aber das scheint so wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich sag ehrlich. Bobby, sollen wir dafür sorgen, dass es wieder laut wird? Ja, warum nicht? Gerne. Ich glaube, morgen haben wir einen Plan dafür. So ähnlich. Was denn? Zweite Teil, oder soll er machen? Mach das jetzt schon mal für den ersten Teil. Ha! Auf Sie! Emre! Emre! Hey, Bruder! Emre, komm mal her! Ohne Dings. Er wird mich hassen. Er wird mich hassen. Er hasst mich jetzt schon. Er hasst mich jetzt schon. Er hasst mich jetzt schon. So mal auf sein Gesicht. So mal auf sein Gesicht. Das ist dieses Schmerzlachen. Er wird aber denken, das war Bobby. Der kam geil. So guten Morgen. Moin. Was geht? Wala, ich bin tot. Ich hoffe. Wie lange heute? Zwei oder drei? Ich glaube, vier sogar. Aber trotzdem Platz. Was machen wir jetzt? Wir wollen dieses Boot da rausholen, waschen und dann in den Pool werfen. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber die Jungs haben das Unmögliche möglich gemacht. Der See, der hier noch vor zwei Tagen voller Wasser war, ist heute nur noch voller Schlamm. Einfach, die haben die Pumpe kaputt gemacht oder verstopft. Irgendwas. Jetzt mussten hier Leute kommen, die den See sauber machen. Zanin, was sagst du dazu? Seen wurden ausgepumpt. So. Irgendwie sitzt hier das jetzt meine eine Frau. Das war's. Ich bleib schram, also halt deine Fresse und wenn das dann sein muss, dann sag ich muss die Grillbahn. Der Pett kommt dran weg, boah, lass den Job machen, lass den Job machen, was sie lohnt. Und im Knockout tust du wieder aufwachen. Fucker, tut mir leid, denn ich bin wieder meinem Plan. Egal, ich bin die Küche und Rapper halt im Demodell. Was hat Fucker, Sonny hat das, bis es wieder mal gespät. Wolle dann wieder die Bulle, sobald diese Werke geht, dann immer so viel. Tut mir leid, dem Mantel, make my wrist and peace und likes Visite an diese Straßen-Rapper. Motherfucker, ich bin San Andreas, hätte jeden dieser Rapper locker angeboten. Bleiben hier, wir gehen nicht mehr weg, wenn du dich traust, wir bleiben hier. Na na na, also Fuckers auch, wir bleiben uns rappt, schon, wir bleiben hier. Und wir bleiben hier. Und wir bleiben hier. Und wir bleiben hier. Ja, wir bleiben hier, wenn du dich traust. Wir kommen in die nächste Runde. Seht ihr das? Nein, ich bin hier. Therapy, Therapy. Wir haben uns in dem Block schon verliebt. Es ist alles so weh, Bruder, wollten das nie. Wir langte Mittag dann auf Dreh, oder? Wollten das weh, oder? Wollten das weh, oder? Wollten das weh, oder? Wir haben uns in dem Block schon verliebt, Bruder, Kopftherapy, oder? Wollten das nie. Nein, Bruder, wir wollten das nie.